so und da sind wir wieder bei roach legacy letzten tage kam ja keine folge tut mir ein bisschen leid aber ich warte schon sehnsüchtig jetzt am 27 kommt das spiel endlich raus in der vorversion und ich bin sehr gespannt was wir da noch so überleben werden ja und jetzt mache ich erstmal noch ein bisschen was in der demo ich bin in der demo bisher auch nicht so an meine grenzen gestoßen deswegen machen wir noch ein bisschen weiter jetzt bis zum 27 kann ich ja noch ein paar folgen raushauen so wir haben da können wir gar nichts mehr machen ich fahre mich immer warum das so laut so genau ich bin nämlich mal leiser gewesen in der letzten folgen das habt ihr sicherlich gehört ich habe viel zu leise gegenüber dem spiel ja und das war ein bisschen doof aber heute bin ich auch etwas munterer und hoffe mal dass ich nicht so fehlen werde wir haben es gerade 14 uhr 52 ich denke mal heute kommt auch noch eine folge oder so 17 uhr wenn ich es schaffe könnte gut sein dass ich die folge dann gleich hier hochlade und heute schon noch eine kommt also übrigens kiste 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 ja okay ich bin noch nicht so viel gold ja das war ja gut die war nicht so egal ach du scheiße techno der mit natürlich das ist doch das kannst du keinem erzählen in so einem raum keinen schaden zu kriegen wer soll das schaffen schafften strange ich fasse diese fücher naja dann haben wir ein bisschen gold das nein das ist lebt nicht so hier gibt es auch noch alter alter und die mich verarschen hilfe ah gott so das lebt nicht nein okay da können wir noch ein bisschen links leben nix pisse so ah scheiße diese dinge Wo gehen wir jetzt denn? Ich glaube erstmal runter. Alter, Hilfe. Alter. Was ist hier los? Help, help. Das ist... Ja, ich bin tot. Ja, genau. Das war... Wir haben ihn trotzdem gut getötet eigentlich. Dann nehmen wir erstmal den... 300 Gold. Können wir damit irgendwas machen? 320... 610... 320... Ne. Irgendwie nicht. Haben wir was Neues? Ups. Äh... Achso. Okay. Den hab ich jetzt ausgerüstet. Ach, das E ist immer viel equipped. Achso... Ähm... Magic... Wait... Gut. Nehmen wir das noch mit. Ui... 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 Konfirm. Ähm... Was hat denn das für ne magische Fähigkeit? Äh... Was war das denn? Okay... Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber egal. Wir finden auch schon nochmal Mana. Irgendwo. Wow. Nein. Nein, 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 nein. Alter. Was geht? Ich muss... Gott. Was? Was? Und da war schon wieder mein Handy. Help. So. Gottes Willen. Ähm... So. Hier hoch. äh, nicht diese Hä, Leute, die sind nämlich jetzt getroffen Ruffel Kopter Na, ey, das läuft gut Komm schon, geht Todmann Boah Schön sein Okay Gut, dann haben wir das zum ersten Mal getötet jetzt, ne Dann wird besser Ähm War so klar Das ist doch Ja, toll Diese Räume sind teilweise echt Naja So, naja, dann gehen wir mal weiter Wem werden wir denn heute? Gigantism Ja, das könnte lustig werden 610, das ist Weiter, nehmen wir hier ist ab Hier ist ab, ist mal gut So 293 jetzt schon Das wird eigentlich besser So Isaac müsste ich auch mal wieder aufnehmen Fällt mir gerade so auf Isaac müsste ich auch mal wieder aufnehmen Na ja, irgendwann Kommt das auch nochmal Wah Ich hab auch mal geguckt Äh, ich hab jetzt mittlerweile schon 233 Videos hochgeladen Und es ging schneller als Wo? Es ging schneller als gedacht Ehrlich gesagt Also Wenn ich mir überlege In wie kurzer Zeit ich das alles so Ja, das dann hochgezogen habe Auch durch das Ticket-Let's Play Und Also es ist schon Wahnsinn Nein Und Wenn man sich überlegt Ich hab den Channel Irgendwann Mitte 2011 erstellt Und hab Gute Zwei Jahre Nichts hochgeladen Ist das wirklich erst so in den letzten Zwei Zwei Monaten Oder mehr Weiß ich nicht ganz So So ist es dann Ist es dann so erst entstanden Und Ich find das Ich find die Entwicklung auch ganz gut Von 15 Abonnenten Jetzt mittlerweile auf 40 Ich ähm Bin halt so Ich mach kein Ich bin Mach ich vielleicht auch falsch Ich mach Wirklich keine richtige Werbung Und Ähm Ich würd gern mal was Vielleicht mit anderen YouTubern Oder so machen Um halt die Bekanntheit zu steigern Ähm Aber das muss man dann sehen Wie man das auch hinbekommt Zeitlich auch Weil Ich bin ja auch Ähm Mal relativ ausgeplant Und Oh Geh mir nicht auf den Sackmann Ja Aber wie gesagt Ich würd das schon gern mal machen So Einfach jetzt mit größeren YouTubern Irgendwie mal was zu machen Keine Ahnung Muss man mal sehen Na komm Schieß schon Oder Tu's halt nicht So Naja Muss man halt schauen Da Es ist ja auch Ähm In In der Klasse Wo ich Oh cool Wo ich mich grad so befinde Das ist Der Ich bin immer so der Meinung Ja klar Werfen mal Da gibt's immer Meiner Meinung nach Nicht so Nicht So Nicht Nein Nein Ah warte Okay Okay das war's Egal Und ein bisschen Gold Gold Ja und Was ich so erzählen wollte In der Klasse wo ich mich so bewege Also so wirklich nicht viele Abonnenten Es gibt auch nicht viele gute YouTuber Die jetzt wirklich so eine hohe Qualität haben Ich will auch nie sagen Dass ich jetzt die höchste Qualität habe Aber ich hab ne einigermaßen angemessene Grafikkarte Und einigermaßen Jetzt macht die da draußen das Jetzt macht die da draußen mit der Heckenschere Ähm Ich hab ne einigermaßen guten PC Und auch ne einigermaßen gutes Mikrofon Ähm Und das Zeichnet ja schon So ein bisschen Qualität aus Würde ich sagen Oh man Nervt mich doch nicht Kotz mich nicht an ey Ja es macht so Ich würde sagen Es macht schon so ein bisschen Qualität aus Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Komm schon Okay Ja wie gesagt Das ähm Macht so ein bisschen Qualität aus Würde ich sagen Alter noch mehr Gold 1000 Gold Yeah so viel hatte ich noch nie Ich hab nen Run heute alter Ich hab nen Run So Mal sehen gleich Ist er bestimmt vorbei Immer wenn ich mich selbst lobe Dann ist Bald vorbei Okay Nein Nein Ja dann lauf halt Oh Gott Okay noch ne Noch ein Blueprint Ähm Alter Ich bin gleich Down Oh noch ein Blueprint Nein Chestblade Ist egal Ich hab wirklich nen Run glaube ich Irgendwie Könnt das sein Äh Bossraum Geht in meiner Verfassung Eigentlich gar nicht Oh Geile Scheiße Ähm Da müsste ich vielleicht Noch ein bisschen was zu essen finden Bloß wo finde ich das jetzt auf die Schnelle Steht drüben schon Nein Ja Bisschen HP Hat er noch mehr Gold Scheiße Ich glaub danach gehen wir erstmal schön einkaufen Oh ich seh grad Ähm Ja Wie es da weiter geht Äh Sehen wir dann in der nächsten Folge Will ich mal so sagen Nach dem Boss kommt Sehen wir dann Ich sag äh Gönnt euch ein Abo Oder los das bleibt Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal